Der Pflegenotstand ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis schlechter Politik. Es ist einfach ein Skandal, dass diese harte Arbeit so miserabel bezahlt wird, dass Pflegeheime personell so schlecht ausgestattet sind und vor allem, dass sie inzwischen wie Profitcenter geführt werden von irgendwelchen Hedgefonds und Finanzinvestoren, die sich da einkaufen, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Das darf nicht so bleiben. Und deshalb planen wir eine Konferenz, um einen Pflegeaufstand zu beginnen. Wir müssen uns endlich wehren. Deshalb kommt alle am 11. Mai nach Hannover zu unserer Pflegekonferenz der Linken.